Also Nordi, ich bin echt fasziniert von dir und deiner Energie. Was machst du beruflich? Ich bin Nordi und ich arbeite bei der Zimmerei Nordmann. Zusammen mit meinem Team retten wir die Welt. Naja, die Welt retten nicht ganz, aber wir machen sie zu etwas Besserem. Mit einem eingespielten und motivierten Team widmen wir uns in der Zimmerei Nordmann der Sanierung alter Dachstühle. Durch diese Arbeit schaffen wir nicht nur eine optische Veränderung, sondern erschaffen auch mehr Sicherheit und Wärme. Hand in Hand leisten wir täglich unseren Beitrag für eine bessere Welt. Aber um noch mehr zu bewirken, brauchen wir deine Unterstützung. Unsere Photovoltaikanlagen setzen auf Nachhaltigkeit und tragen dazu bei, die Welt ein wenig grüner zu gestalten. Hast du den Mut, gemeinsam mit dem coolsten Team die Welt noch besser zu machen? Dann bewirb dich noch heute und werde ein Teil von uns. Prost! Pow!